Hallo liebe Trompeter-Gemeinde, mein Name ist Holger Mück. Heute habe ich zwei Mundstücke bei mir von Soundfresh Georg Selders. Einmal das Lorenzo Ludemann LL, abgekürzt Klassik. Und hinterher gibt es noch eine kleine Kostprobe mit dem LL Lorenzo Ludemann Soundfresh Mundstück für kommerzielle Zwecke. Also zunächst einmal die klassische Variante. Musik 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 so und jetzt die kommerzielle variante wichtig ist immer dass der mittelteil des mundstücks fest nach oben an gedreht bleibt dann funktionieren die soundfresh mundstück einfach besser und und Untertitelung. BR 2018 Beide Mundstücke wurden gespielt auf einer Yamaha 6335. 5 RC, also die Commercial Variante von Yamaha. Und jetzt noch ein kleiner Test mit einer Lotus Classic. Erster Test mit der klassischen Variante. 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 So, der zweite Test mit der klassischen Variante. So, der zweite Test mit der klassischen Variante. Also, wie gehört, zwei hervorragende Mundstücke. passen eigentlich zu jedem Typ von Herstellern und man muss das einfach mal ausprobieren. Mir gefallen sie gut. Daumen hoch.